Hallo und herzlich willkommen bei unserem Xplanity. Heute erklären wir euch Erlebnispädagogik. Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode der Erziehungswissenschaften. Schon zur Zeit von Aristoteles gab es Ansätze der Erlebnispädagogik. Als Urväter gelten jedoch unter anderem Jean-Jacques Rousseau und David Henry Souraud. Für beide war die Verbundenheit mit der Natur und das Lernen durch Handeln am wichtigsten. Nach Thoreau ist die Natur die große Erzieherin und Lehrmeisterin. Für ihn war der Umgang mit der Natur der Königsweg allen erzieherischen Handelns. Die einfache Logik Rousseau war, wer handelt, lernt besser und mehr. Und wer gut handelt, wird ein guter Mensch. Nach diesen Prinzipien entstanden die ersten Modelle. Als Begründer der modernen Erlebnispädagogik gilt Kurt Hahn. Er war Vertreter der Reformpädagogik. Hahn äußerte eine kulturkritische Gegenwartsdiagnose, weil er vier Verfallserscheinungen in der Gesellschaft sah. Um diese Krankheiten zu behandeln, entwickelte er eine Medizin. Die Erlebnistherapie. Diese Therapie beruht auf zwei Prinzipien. Erstens, Erleben ist besser als Belehrnen und zweitens, Erziehung durch Gemeinschaft. Um dies durchzusetzen, stützte er sich auf vier Elemente. Dem Dienst am nächsten, das körperliche Training, die Expedition und handwerklich Produkte entstehen zu lassen. Medien und Beispiele für Erlebnispädagogik sind Skitouren, Bergwanderungen, Höhlenbegehungen, Fahrradtouren, Rafting, Kanutouren, Segeln und Klettern. Ein gutes Beispiel ist auch die pädagogische Fahrt, an der einige der Medien genutzt werden. Das Modell The Mountain Speaks for Themself vertraut auf den Sachzwang der Situation. Der Anleiter gibt also nur wenig Anleitung. Das Outwardbound Plus Modell ist eine Weiterentwicklung des ersten Modells und beinhaltet eine anschließende Reflexion. Bei dem metaphorischen Modell geht es darum, die Lernsituation möglichst nahe zur Lebensrealität darzustellen. Was ist Erlebnispädagogik nun genau? Nach Hufenus ist Erlebnispädagogik eine Methode, die Personen und Gruppen zum Handeln bringt, mit allen Implikationen und Konsequenzen bei möglichst hoher Echtheit von Aufgabe und Situation in einem Umfeld, das Experimentieren des Handeln erlaubt, sicher ist und den notwendigen Ernstcharakter besitzt. Die Ziele der Erlebnispädagogik sind die Persönlichkeitsbildung, Stärkung der Teamfähigkeit, Steigerung der körperlichen Fitness, Naturbewusstsein, Grenzen erkennen und Lernen mit allen Sinnen und Achtsamkeit. Das war unser Xplanity über die Erlebnispädagogik. Wir hoffen, ihr habt alles verstanden und habt eine Menge gelernt. Das war unser Xplanity über die Erlebnispädagogik. Das war unser Xplanity über die Erlebnispädagogik,